Manchester City will Ischko von Real Madrid verpflichten Mittelfeldspieler Ischko von Real Madrid hat offenbar das Interesse vom englischen Meister Manchester City gewägt und könnte Real im Sommer verlassen. Der englische Meister Manchester City ist an einer Verpflichtung von Mittelfeldakteur Ischko von Real Madrid interessiert. Dies berichtet das spanische Blatt Mundo Deportivo. Der spanische Nationalspieler, so heißt es, soll sich bei den Blancos vernachlässigt fühlen und damit die Zitizens auf den Plan gerufen haben. Man ist wohl bereit, rund 80 Millionen Euro Ablöse für Ischko auf den Tisch zu legen. Ischko für weniger als 700 Millionen Euro zu haben. Dieser besitzt zwar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro in seinem Vertrag, die Blancos sind aber offenbar nicht abgeneigt den 26-Jährigen für deutlich weniger Geld ziehen zu lassen und stehen angeboten offen gegenüber. Seit seinem Transfer vom FC Malaga zu den Königlichen im Jahr 2013 hat sich der offensive Mittelfeldspieler zu einem der besten und begehrtesten Spieler der Welt auf seiner Position entwickelt. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2022.